Kein anderes aktives Trainer-Jockey-Gespann ist bisher erfolgreicher im blauen Band gewesen als Peter Schirgen und Andra Starke. Zusammen konnten sie bereits viermal einen Sieger vom Geläuf führen, zuletzt 2015 mit Nutan. Einziger Starter von Peter Schirgen in diesem Jahr ist Ekko. Der Maxios-Sohn siegte in Krefeld auf schwerem Boden mit überlegener Leichtigkeit. Der Bruder von EnjoyVJ, der geht auf und davon hier. Ekko mit Andra Starke im Handgalopp, im gewöhnlichsten Handgalopp gewinnt er. In der Kölner Union ging er als Sechster zwar ein wenig unter, doch als chancenreicher Außenseiter könnte Ekko für eine Überraschung sorgen und Andra Starke seinen achten Sieg im deutschen Derby bescheren.